Willkommen zurück zu einer neuen Folge FarmTogether. Hi! Gut. Hi. Hallo! Wie hierbei einfach schweigsam langlaufen. So, also diese Folge auf jeden Fall hier weiter fleißig Marktplatzbau. So, da das natürlich jetzt zwei Felder hat, kann ich das natürlich nicht so schön hier hinbauen. Also muss ich das dann mal... Nein, 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 nein. Überleg gerade, mache ich das dann? Soll ich dann nochmal einen freilassen? Dass ich an der Hauptstraße nochmal andere Stände setzen kann? Ich habe voll Huga. Ich habe gerade vor der Aufnahme extra noch gegessen. Ja, hatte ich keine Zeit so. Ich habe heute drei Pfandhuben. Drei. Ja. Okay. Bitch. So, oh, hochpressen. Kann ich direkt jetzt mal was verkaufen hier. So, dann haben wir das. Dann kommt der Kiosk ja auch rüber. Macht es Spaß, Chi? Ja. Jetzt weißt du, wie es mir letzte Folge ging. Ja, ich habe gerade wirklich Spaß. Gut, diese Frau ist merkwürdig. So. Auf mich nahe zu machen. Ja. Oh. Ja. Ähm. Hä? Noch nicht der Brunnen. Du ohne Zwiebel, du hast den Brunnen wieder mit. Der kann dir nichts zu suchen. Der gehört in unseren... Nein, der gehört in unseren Garten, Mann. Es kennt man so einen Brunnen ganz... Ey, was soll ich mit einem Brunnen hier machen? Aufstellen. Oh, den Fischmarkt, den baue ich hinten bei dem Wasser hinten. Hier gleich hin. Da mache ich den Fischbereich. Ähm. Muss ich das mal so machen, dass ich hier die Straße langlaufen lasse? Das sieht aber nur so ein Gurgi-Bären aus. Die sind halt... Das sieht... Die sehen bärig aus, oder? Schlechtes Wortspiel. Incoming. Eine Minute noch. Mit? Wahrscheinlich noch genau Zeit, um eine Sache von A nach B zu tragen. Ja, klingt doch gut. Oh, mein Rücken. So, und hier müsste ich den Rücken so setzen. Dann mache ich das so, dass es hier in die Mitte läuft. Und zitt. Wow, okay. Ich stelle die ganze Zeit. Was ist denn da los, Chi? Weiß ich nicht. Das liegt bestimmt daran, dass ich heute so hektisch aufgestanden bin. Weil ich... Ich hatte um 9.15 Uhr den Arzttermin. Und um 9.12 Uhr bin ich aufgewacht. Ah. Dann hast du es aber mit Sicherheit nicht mehr rechtzeitig zum Arzttermin geschafft. Um 9.16 Uhr war ich beim Arzt. Wohnt der Arzt nebenan? Er wohnt ja bei mir im Kaff, ja. Ja. Da musst du ja wirklich schon... Hast du dir wenigstens noch die Zähne geputzt vorher? Nein. Ihhh. Bah, du gehst mit ungeputzten Zähnen aus dem Haus? Äh. Bah, bist du eklig. Aber diese drei Minuten hatte ich nicht mehr. Ihhh. Boah, ganz ehrlich, da würde ich... Ich muss den Mundschutz sagen. Von dem her ist es was. Da würde ich lieber riskieren, zu spät zum Arzt zu kommen. Ganz ehrlich, das könnte ich glaube ich nicht. Ne, weil ich dir sonst die Termine vergehen und dann musst du zahlen. Ah, okay. Ja, gut stimmt. Das haben mittlerweile tatsächlich viele Ärzte. Ja. Und also dem war es ein relativ wichtiger Termin. Deswegen... Aber dann verstehe ich nicht, wie man das überhaupt verpennen kann. Da ist ja schon das Problem. Weil ich zur Zeit ganz schlecht schlafe. Und dann habe ich meinen Wecker um 7.30 Uhr einfach ausgestellt. Mich umgedreht und da weitergepennt, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Ich mache das tatsächlich morgens sogar immer so. Ich habe einen Wecker. Ähm. Der ist quasi gestellt eine Stunde, bevor ich wirklich aufstehen muss. Und wenn der klingelt, dann stelle ich den jeden Morgen, mitten in der Nacht quasi, nochmal um. Auf die Zeit, in der ich wirklich aufstehen muss. Und ich habe es bisher immer hinbekommen, daran zu denken. Ähm. Den hier brauche ich. Nee. Ich mache den immer nur so. Ja. Chi, Chi, komm mal kurz her. Ja. Nimm das hier bitte mal mit. Wenn du mir das nötigst, dann haue ich dich. Nein, nein, nimm den bitte wieder mit und stell den bei uns in den Garten. Vielen Dank. Warum hast du den überhaupt drüber geholt? Nur so? Ach so. Du wolltest mich also einfach nur trollen, ja? Ja. Okay. Hier müsste ich eigentlich erstmal... Nee, ich muss hier erst den Fischmarkt hinstellen. Ich weiß nicht, wie... Ich weiß gerade nicht, wie groß der ist. Fischmarkt. 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 Fischmarkt, ja. Fischmarkt. Fischmarkt, ja. Fischmarkt. 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 Du kannst es doch fünfmal sehen. Ich werde es trotzdem nicht kennen. Ähm... Hier, so. Frischen Fisch. Oh, sieht aber geil aus. Jetzt wurde es gerade seltsam. Es wurde jetzt gerade Herbst Das auch Wie viele Bohnen 60 brauchen wir Achso, warte mal Ich kann mal eben kurz gucken, ob ich den Tieren noch mal wieder was zu essen gebe Bevor du wieder alles Geld rauswirfst Na, Bohnen sind nicht so teuer So, hier Schweinchen Friss und werd fett Ich hab immer das Gefühl Bei Schweinen muss ich immer dran denken, dass wir die eigentlich schlachten wollen Und nicht, äh, dass sie Trüffel ausbuddeln Weil du auch nur ans Essen denkst Trüffel kannst du auch essen Oh, die Hühner sind gleich fertig Wie viel zum ersten Mal Bohnen hab ich Gelbe Paprika Und 40 Ich pille mal die kurz an Brokkoli Brokkoli ist ja nicht schweineteuer Okay, können wir auch verkaufen Ah, wir kriegen gerade Trauben durch die Goji-Beeren Alles klar Ich hab mich schon gefragt, woher wir die Trauben jetzt auf einmal haben Ähm Gut Dann mach ich mal die Fruchtpressen Wo packe ich die denn mal hin? Also hier ist ja Obst Also macht's themenmäßig natürlich Sinn, dass ich sie hier hin packe Wenn ich jetzt hier eine hinstelle Dann hier den Klee Einen Brokkoli noch Uh, das passt perfekt Gelbe Paprika Geil Ich mag ja grüne Paprika lieber Was? Ah, rote Rote Wollte schon sagen Bitte grüne Paprika Rote Das wäre nicht Das wäre jetzt doch sehr strange Hier einfach mal Geiler Weg durch Ach ja stimmt, wir haben gerade so wenig Diamanten Weil ich ja gerade den Fischmarkt gekauft habe Wird ja 52 schon gekostet So schmeißt du unsere Diamanten aus dem Fenster Das muss sein, Chi Das muss sein So, delay Wunderbärchen Wunderbärchen Vom Erpressern haben wir jetzt 4 Und eigentlich, ja ist die Frage Eigentlich ist eigentlich kein Wort 2, 3, 4, 5 Was können wir denn jetzt anbauen? Dann kann ich das nochmal unterteilen Ich gehe mal wieder mit der Jambone Also jetzt Du hast den Brunnen jetzt ernsthaft 5 Felder weitergesetzt? Das fällt dir jetzt erst auf? Ja, ich bin doch hier gerade am Malochen Aber ja, habe ich Fand ich lustig Ich würde es wieder machen Klöp 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 Sind hier diese ganzen Buschi-Bären fertig Kommt man nicht mehr hinterher Kommt man nicht mehr hinterher Hä? Warum ist da ein Huhn draus? Hä? Oh Verlierst du unsere Hühner Die Büchsen aus Apropos Hühner Ich kann gerade mal die Rockhühner ernten Ja gut, schmeißen nochmal zu essen hin Ist auch okay Voll Dufte Sprit Du meinst Benzin Benzin Ich brauche Benzin Was wäre eigentlich, wenn ich sagen würde Ich habe das Lied endlich mal gehört Das glaube ich dir nicht Warum? Hä? Hä? Was? Wirklich so unglaubwürdig? Ja Das ist gemein Nein Ich bin direkt Was baue ich denn da jetzt dann nochmal hin? Was gibt es denn noch? Was da hinkommen könnte? Tomaten Ne, die haben auf dem Marktplatz nichts zu suchen Obstladen haben wir schon Fischmarkt haben wir Fischmarkt haben wir schon Geschenkladen Wofür ist nochmal ein Geschenkladen da? Ich will Geschenke Kaufen Achso, da können wir Geld für Medaillen tauschen Alles klar Ja gut, den hole ich irgendwann mal einfach der Vollständigkeit halber Käse Stand brauchen wir auf jeden Fall noch Für 10 Medaillen Dem, 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 dem Warum schreibt man mich denn jetzt im Discord an, obwohl man ganz genau weiß, dass ich aufnehme Vielleicht genau deswegen Ja, wahrscheinlich Nehmt ihr auch wirklich auf? Ach Kacke, wie mache ich das denn? Hier habe ich Ich könnte rein theoretisch hier noch was hinstellen Das wäre so ein bisschen Achso, was ich natürlich auch nochmal machen kann Vielleicht sollte ich das eher noch so machen So Plüpp Ein paar Laternen zwischendrin stellen Was meinst du die Ästhetik? Ja, das sind so einzelne Felder, die einfach so So verloren sind Und bevor ich da jetzt einfach nichts hinmache Dachte ich mir, kann ich wenigstens noch Lampen hinmachen Dann ist es ein bisschen heller da Ist jetzt nicht unbedingt so, dass es zwingend notwendig wäre, aber Doch, es ist Ästhetik Naja, so ästhetisch sieht es jetzt nicht aus, aber gut Jetzt hat es das du gemacht Ich gehe auf Funktionalität Nicht unbedingt immer nur auf Optik, liebe Chi Optik ist wichtig Vor allem in der heutigen Gesellschaft Ja Gut So, dann machen wir hier die Eier hin Eier, wir brauchen Eier Als wenn du den kennst Natürlich kenne ich den, von Oliver Kahn Wo hat denn der gespielt? Bei Bayern Und davor? Keine Ahnung Ja, guck mal, da habe ich dich da schon Er war aber einer der besten Torwärts Deutschlands Meiner Ansicht nach war er auch der beste Torwart Deutschlands überhaupt Da gibt es ja, könnte man ja natürlich sagen Ist Manuel Neuer besser Oder gab es andere, die noch besser waren Oder hier so ein Toni Schumacher In meinen Augen war Oliver Kahn der Beste Da gibt es ganz viele Leute, die interessiert das Glaub mir Ich nicht Ich habe es ja jetzt noch nicht für dich gesagt Du denkst, es ist mir relativ pein Na Ja Bin gleich fertig mit meinen Gojibeeren Hm, okay Ja, wir laufen noch langsam voll Noch nicht, aber bald Fertig Ich laufe echt voll Ja Ich habe gerade noch mal verkauft Also Wir wären sonst wahrscheinlich Sonst wären wir glaube ich mal bei 230 rausgekommen Jetzt muss ich trotzdem gerade laufen für die Stände Weil genau die, die du mir gebracht hast Brauche ich gerade noch nicht Weißt du, da er arbeitest Da hilfst du ihm Und dann wird gemeckert Das war kein Meckern Das war nur eine Feststellung Das war Meckern Ich habe nicht gesagt Mensch, hättest du mir mal andere bringen können Nein, aber das war als Unterton mit dabei Das ist Interpretationssache, liebe Chi Was du daraus verstehst Da kann ich nichts für Doch Es ist nicht wichtig, was A sagt Sondern was bei B ankommt Ja Habe ich letztens erst im Studium gelernt Wahnsinn Bei Medienpsychologie, ja Ja Jetzt kommen wir in die Richtung Schulz von Thun, ne Ja Den habe ich auch mal durchgekaut Das war aber nur einer von ungefähr sechs Ah, Paul Watzlawick ist bestimmt auch mit dabei gewesen Ja Die ganzen Bekanntenverdächtigen natürlich Aktuell sind wir bei Zillman Den habe ich auch schon mal gehört Aber ich habe mir die Namen nicht alle gemerkt Ne, ich habe auch eine Persönlichkeit, den muss ich noch auswerten Kacke Mache ich morgen während der Vorlesung Ah ja Ich merke, du beschäftigst dich während der Vorlesung mit Dingen, die du während der Vorlesung auf jeden Fall machen solltest Den machen wir tatsächlich während der Vorlesung Aber ich höre diese Vorlesung doppelt, weil ich die im fünften und im sechsten Semester habe Weil ich Medienpsychologie als Schwerpunkt habe Aber im sechsten Semester kommt auch ein Fach Medienpsychologie dran Okay Ja Ähm Ich merke schon ein Interesse an meinem Studiengang Äh, ne tatsächlich, ich finde das wohl interessant Nur, äh, vielleicht wirklich da intellektuell jetzt gerade nicht so begeistert Weil ich, äh, ich bin ein Mann Ich, äh, kann nicht so viele Sachen auf einmal Ich vergaß Nein Du scheinbar auch nicht Ah, ich habe die falsche Taste gedrückt Kackteil Ich habe ein Haar So ein Nasenhaar, es kitzelt sich die ganze Zeit Ich bin ja froh, dass ich mich mit Facecam aufnehmen Sag, er zieht es raus Ich habe ein Feld angelegt Ich sehe es Glückwunsch Oh, vielen Dank Ähm, so Was baue ich denn da jetzt noch hin? Okay, Trauben Gehört eigentlich mehr zu Obst wieder Ach, leck mich doch fett an der Ich bring dir mal dein Megateil Danke Bitte Ja gut, das muss ich hier hin machen Das geht nicht anders Okay, irgendwie passt meine Electronic Musik gerade nicht so ganz zu dieser Atmosphäre dieses Spiels Ich esse gerade so Ja, aber echt Okay, ich nehme mal Synthwave Das ist entspannter Ach ja, Bäume Da war ja was Mensch, jetzt sagst du aber was Ja, das macht durchaus Sinn Lauf Run, Forest, run Run, Boy, Run Ich heiße aber Jonas Run, Boy, Run Du hast es mir im Vorfeld nicht zugehört, also insofern alles gut Ähm, so, dann habe ich hier den Achso, ich dachte, mein Charakter wäre gerade so Sieht sehr so müde aus, aber gut Ähm Jetzt habe ich hier die Medischstände Ich habe ohne Mist Ich fange ja wieder auf Ich habe ja momentan auf Arbeit tatsächlich wieder Radio an Und ich habe es noch nicht einmal gehört Ich bin schwer enttäuscht Ja gut, wir haben auch erst September Geben bis Oktober wenigstens Nein Ich will das jetzt schon hören Ich finde das Lied immer noch gut Ich fand es noch nie gut Da kann man mich jetzt für hassen, aber Äh Gut, es gibt jetzt bessere Lieder von WM tatsächlich Aber Nicht meine Musik Ich habe kein Wort verstanden Ich fand es ganz okay gewesen Run, Boy, Run Möchtest du das gerne auch einmal professionell aufnehmen, Chi? Just to beat me Just to beat the man So, hier kann ich jetzt mal verkaufen Hier noch ein bisschen Träubchen Träubchen ist ein Träumchen Prum, 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 Prum So, dann die fette Käserei Weiß hat überhaupt die Käserei Ich weiß es gerade gar nicht Prum, 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 Prum Heute sind fertig Das Geile ist, dann kann ich nämlich hier jetzt noch den Käse Stand hinstellen Dann habe ich das nämlich auch wieder themenmäßig zusammen Aber dann kann ich mir, ja da brauche ich Medaillen für Du meinst du ein Negatei Nein, das habe ich ja schon Das, was wir noch nicht haben Du? Ja? Dann müssen die Völker beenden Ja, kann man sofort Ich stelle den nochmal eben auf Den Stand hier Ähm, Honig Den packe ich jetzt gerade erstmal hier hin Run, Boy, Run Weil ich jetzt, wenn du das noch einmal sagst Ist einfach mal gut hier Ähm Run, Boy, Run So, Gott, it's not meant for you Run, Boy, Run To disappear in the streets Run, Boy, Run Liebe Freunde Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Äh, das war die falsche Reaktion Äh Die war auch nicht besser Äh, warte Hier Ja So, jetzt So einfach kann man dazu bringen Das Folgeende zu machen Sehr schön, gut zu wissen Bis zur nächsten Folge Wiedersehen Tschüss.